Na Schlecki, wo ist meine kleine Mäuse? Bist du eine Kuschelmami? Bist du hier die Weltenmami? Ja, bist du hier die Weltenmami? Die können ganz schön nerven, das glaube ich. Willst du meine Hose abschlecken? Ja, bist du so eine kleine. Bist du auch gar nicht so groß, gell? Schaust du groß aus? Vor allem hast du ganz schön kurze Beine. Oh, tue ich dir. Lass dich nur ärgern von den kleinen Welten. Da ist Rutsi. Schön fräst. Ist eine ganz, eine feine. Oh, lass uns dich gar nicht hin zum Fressen, ha? Die liegen ja in der Futterschüssel. Und draus.